Also, gib mir was Tolles. Paladin kann nicht zurückgeschubst werden. Ja, doch. Das nehme ich mal. So, raus hier. Ich hätte gerne ein Schwert, das besser ist als meins. Zehn mehr Schaden. Und es ist rot. Ja. Okay, also 16.000 Punkte. Das heißt, 1, 2, 3 mal Angriffskraft. Und einmal Mana. So. Neu Schwert und 3 mal Angriffskraft. Das muss doch was werden. Also, Augen und Feuerspucker, egal in welchem Bereich. One Hit. Ritter, Two Hit. Zauberer, One Hit wäre geil. Und du was. Aber das glaube ich nicht. Was brauchen wir noch? So. Du bist ein Ritter. Du bist immer noch kein Two Hit. Nicht schön. Aber das können wir schon hin. Solange wir jetzt mit jedem Leben so an die... Oh, 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 oh. Mit jedem Leben so an die 10.000 Gold machen mindestens. Ist alles gut. So. Und einen Schubboxraum. Na gut, was haben wir denn da? Ein bisschen Schritt. Muss irgendwie mal an Mario denken, weil da muss ich... Ich weiß auch nicht. Früh prägt sich oder wie war das? Oh, hey, du... Stink normaler Zombie. Dash, dash, dash. Dash. Da kommen wir nicht ran. So, stirb. Oh. Ehe. Keine. Komm her. Oh. Ah, doch. Sehr schön. Aber... Dich hätte ich noch ganz gern. Oder würde ich gern wissen, was hier oben ist. Der kann schon wieder durch Wände schießen. Ist nicht so nett. Komm auch. Eins, zwei. Gut, 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 gut. Äh, und ein Zombie da unten, nee, der kann auch ruhig da unten bleiben. Friendly Fire wäre auch noch interessant, wenn die sich gegenseitig abschießen könnten. Also ja, sehr viel Potenzial ist noch bei dem... Ich... Was ist heute mit den Zombies los? Läuft da irgendwie immer rein? Hm. Aber ja, das Spiel hat sehr viel Potenzial. Also sobald es dafür einen Add-on gibt, werde ich mir das sofort kaufen. Sollte man zwar nie sagen, aber... Mach ich trotzdem. Man kann so viele Kleinigkeiten ja noch einfügen. Die wahrscheinlich gar nicht so viel Arbeit brauchen. Das würde einfach mehr Spaß machen und mehr Abwechslung bringen. So, jetzt komm her zum... Meins. Oh, jetzt mal ganz... Wow. Ja, so kann das ruhig weit gehen. Von wegen Lebenspunkte wieder aufbringen und so. Klick. Oh. So, fertig. Fertig. Eine Sprint-Rune für den Helm. Haben wir nicht langsam mal alles an Rune so weit durch? Also zumindest von den Starter-Rune. Ich weiß, unten gab es noch ein paar Sachen, die wir noch gar nicht gesehen haben. Aber ich meine von den Standardsachen. Das kommt mir echt so vor, als wenn nur noch die eine Blutrufe fehlt. Das finde ich ein bisschen albern. Das ist genau die ist, die ich haben wollte. Auch wenn ich sie nicht unbedingt benutzen sollte. Weil so ein bisschen Manorieneration ist ja schon schön. Das macht trotzdem nicht weh. So. Dich ignorieren wir. Du bist ein böser Zombie. Ganz, ganz böser Zombie. Boss, der schon tot ist. Lebenspunkte fast voll. Mana voll. 9000 Gold. Au. Ja, du was. Und Raum mit vielen Geschossen. Sehr viele Geschossen. Hier wird aufräumend schmerzhaft. Ah, ging eigentlich. Okay. Irgendwie dachte ich, hier wäre noch mehr. Ja, hier ist noch mehr. Das ist alles nur ein kleines Kram. Du, du was. Und du auch noch einer? Nein. Du bist noch einer. Ja. So nicht. So nicht. Oh oh. Okay. Gib mir Hühnchen. Oh. Oh. So. Kann schon. Oh. Geburt, geburt, geburt. Geburt. Oh. Die sind Namiya Zombies. Wollen die als Paladin nicht irgendwie riechen? Oder verschrecken? Oder was weiß ich. Ja, ich sag ja. Das spielt jede Menge Potenzial. Zombie-Schnüffler für Paladin einfügen. Komm her. Zing, zing. Kaputt. Oh oh. Ja, sehr schön. Kommt mir das so vor? Oder haben wir den Wald in dem New Game Plus noch nicht so häufig gesehen? Müsste eigentlich doch bald hier schon wieder Maya. Hm. Okay. Ich setze mir jetzt eine persönliche Aufgabe. Ich will als nächstes den Wald finden. Also ich weiß, es gibt die, aber irgendwie kommen wir da nicht so wirklich häufig hin in letzter Zeit. Also es kann sein, dass irgendwas am Layout des Dungeons verändert wurde. Aber ich wüsste nicht warum. So. Zing, zing. Und was? Nein. Oh. Ganz schön langsam wie Feuerballer, wenn man so drüber nachdenkt. Das war wahrscheinlich ganz gut. So. So. Da kommt irgendwie ein Knochengefühl. Wow. So. Tod. Äh. Da. So. Jetzt aber. Wir wollen gucken, wo der Wald ist. Der müsste eigentlich hier demnächst sein. Entweder das oder die Hölle. In der Hölle müssen wir noch ein bisschen tiefer. Ja, oh. Das sieht doch gut aus. Also. Hühnchen. Äh. Dover Wolf. Warum kommst du selbst hier hoch? Da verschwende ich schon extra Mana, um nicht gegen dich kämpfen zu müssen. Sondern sowas. Unfair. Hm. Na gut. Aber wir sind im Wald. Donk. Und ich habe die Fähigkeit nicht gerückt, Schuss werden zu können. Kann das sein? Oder schwerer. Ist mir gerade beim Schild aufgefallen. Eigentlich hätten wir viel weiter fliegen müssen. Oh, hallo, Schleim. Und dass die Schleime so kurz unverwundbar sind, macht die ganz schön nervig. Aber gut. Du, trete dich mal um. Oh. Nee. Nee, komm. Nicht drauf eingehen. Einfach ignorieren. Hier braucht man Lebenspunkte. Das war ja ein schöner Raum. Achso, das war der abwechselnd. So. Und rückwärts habe ich letztens mal einen Fehler gemacht. Muss mir das gleich mal angucken. Oh, wir müssen gar nicht zurück. Wir müssen töten. So. Also so weit gefällt in der Wald nicht so wirklich. Wow. Ähm, ähm, ähm. Danke. Richtige Richtung. Und wir sind bei Maya? Äh. Nein. Lebenspunkte sahen nicht so toll aus. Zing. Oh, hallo, Clown. Zehendolche. Können wir das Axtspiel spielen? Das kann ich besser. Ich hab schon verkackt. Komm. Yay. 30 Goldmünzen. Ist noch vorbei. Ja. Seufz. Oh. Und keine One-Hit-Augen mehr. Das ist nicht gut. Und das Grünzeug mag ich hier auch nicht. Oh. Kaputt. Kaputt. 18.000 und Kiste. Royal Cape. Ein königlicher Umhang. Das klingt nach High-End-Equipment. Au. Dover. Du was. Es gibt noch viel mehr von euch hier. Wusste ich's doch. Au. Drei Treffer. Oder auch nicht. So. War's das jetzt? Ja. Du bist machbar. Auch wenn du jetzt drei Treffer brauchst. Oh. Mist. Oh. So. Autsch. So. Wurde, 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 wurde. 20.000. Ah. Könnte ein neuer Rekord sein. Für hier oben. Also New Game Plus. Au. Hütchen. So. Ein Doom. Was ist da unten noch? Das Ding hier könnte gefährlich werden. So. Wow. Definitiv gefährlich. Weg hier. Weg, 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 weg. Ich hab keinen Doppeltrunk. Also hier Doppeltrunk, aber keinen Dreifachsprung. Du wirst ein richtiges Bild. Okay. Und ich hab volle Mana. Ich sollte mal wieder ein bisschen was verbrauchen. So. Wow. Was bist du denn für'n Gegner? Nein. Warum bin ich denn durch das Ding? Aber na gut. Wir haben zweieinhalb Reihenfolge schafft. Das ist sehr, sehr gut. Und jede Menge Kohle. Wir haben ein Hokage, der nicht 3D sehen kann und übertreibt einen Spellsword, wo HP und MP vertauscht sind. Das heißt, er hat viele Lebenspunkte? Hm. Ich weiß ja nicht. Wir haben Mana nicht so oft aufgestuft. Und wir haben einen Assassin. Ich glaub, der Hokage hier klingt noch mit am besten. Warum heißt du schon wieder Fullop? Hm. Ich hab eigentlich inzwischen schon an die zwölf Namen eingetragen, aber na gut. Ähm, also kann ich 3D sehen und übertreibt. Der Zauber ist aber scheiße, den er hat. Aber ich will nicht riskieren, jetzt neu zu shufflen und den Mist zu bekommen. Also, 23.000. Wir wollen erstmal gucken, was das Imperial Cape macht. Unter anderem. Zing, zing. Oh, was haben wir da? Imperial Chest. Ist einfach nur schlechter als Dragon. also wirst du plus 3 Flight. Hä? Achso, wir müssen es noch an... Ah, wir können es nicht anlegen. Okay. Moment mal, das sollte ich überprüfen. Ganz ruhig. Genau, wir haben es nicht angelegt. Weil es 40 Gewicht bräuchte. Plus 80. Aber 3 mal fliegen, das ist echt Hammer. Da müssten wir die meisten Rätsel, Anführungszeichen, auch schaffen können. Gucken wir mal, ob wir uns das leisten können. 1, 2, 3, 4. Äh, hier. Umhang. So. Wow. Okay. Das heißt, Doppelsprung wieder raus. Okay.